Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine Sekt- bzw. Champagnerflasche richtig öffnen kannst, dass diese nicht überschäumt und vor allem der Korken hier nicht durch die Gegend fliegt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir hier den oberen Teil von unserer Ummantelung lösen. Hierfür habe ich bei mir jetzt zum Beispiel eine Einreishilfe, wie es meistens auch schon der Fall ist. Doch wenn keine vorhanden ist, dann muss man mit einem Messer hier einmal komplett außenrum gehen, um diese Ummantelung zu öffnen. Bei mir also die Einreishilfe einfach mal etwas einreißen und einmal außenrum geben, bis es natürlich nicht mehr geht und schon können wir die Ummantelung abmachen. Als nächstes die Flasche hier im 45-Grad-Winkel an den Tisch ablegen und mit der anderen Hand, bei mir ist es die rechte hier oben und vor allem den Daumen, diesen Korken hier oben gut absichern, dass er sich einfach nicht aus Versehen lösen kann. Der 45-Grad-Winkel hier hat den Vorteil, dass dadurch nämlich die Oberfläche von dem Sekt hier innen größer wird, das CO2 besser entweichen kann und dadurch die Flasche nicht überschäumen wird. Mit der anderen Hand hier nun das Drahtgeflecht hier oben lösen, dafür einfach nach vorne klappen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, mit dem anderen Finger immer natürlich noch schön den Korken absichern und dadurch die Agrafe leicht lösen. Das Wichtige dabei, ich möchte sie nicht runternehmen, da ich mit der Agrafe jetzt den Korken viel leichter entfernen kann. Jetzt nehmen wir mit der linken Hand die Flasche einmal vom Tisch weg, schauen, dass wir sie unten wirklich gut festhalten und dann vorsichtig hier oben mit der Hand zum Korken noch etwas mehr hingehen. Und jetzt können wir nämlich den Korken und die Flasche in entgegengesetzter Richtung immer weiter drehen und dadurch die Flasche bzw. den Korken kontrolliert nämlich auch schon aufmachen. Wie du hören konntest, es war ein leichtes Zwischenzuhören, dadurch ist die Kohlensäure rausgegangen, die Flasche war noch im 45 Grad Winkel und deswegen ist auch nichts übergeschäumt und schon können wir nämlich den Korken hier oben entfernen. Meiner Meinung nach sollte man zum richtigen Genießen auf jeden Fall die richtigen Sekt- bzw. Champagnergläser zu Hause haben und was ich auch auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist so ein entsprechender Flaschenverschluss. Diesen kann man jetzt nämlich einfach auf die offene Flasche draufgeben, schon ist diese verschlossen, kann natürlich jetzt auch länger wieder verwendet werden und danach einfach den Flaschenverschluss wieder öffnen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen hochwertigen Sekt bzw. Champagner, so einen Flaschenverschluss oder auch die entsprechenden Gläser hierfür zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung, sehr relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal.